Was ist, wenn jemand ein Verbrechen begeht und das Leben anderer auch noch nach seiner Verhaftung in Gefahr ist? Den Polizeibeamten rennt die Zeit weg. Wie mag es dem gekidnappten Mann wohl gehen? Stundenlang verhören sie den Tatverdächtigen nun schon. Doch bis jetzt haben sie nichts, kein Geständnis oder noch so winzigen Hinweis, wo der Entführte sein könnte. Dennoch sind die Polizisten sich sicher, den richtigen verhaftet zu haben. Der Polizist droht dem Gefangenen Folter an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017